Musik Es war die Geschichte seiner zweiten grossen Liebe, die sich da anbande mit Madame Lauriot. Und da denkt man an Rot. Musik Wir sind zwei Menschen, die auf so viele Dinge und sich in einem sehr wunderbaren Weg verabschieden. Es gab immer eine wunderbare Beziehung in seinem Design, aber auch ein Gefühl von Bewegung, ein Gefühl von clothes, die Menschen zu machen. Er hat seine kleine Ziele aus dem Weg. Schau hier, er ist so präzise und so definiert und das ist das, was ich denke, dass man in seiner Kollektion fühlt, dass alles so speziell ist, dass alles so delicat und sehr für die Frau gemacht wird. Wenn alle diese Werte zusammenkommen, dann kann diese Tänzerin und der Tänzer auch selbstverständlich ganz stark konzentriert auftreten und dasselbe will ich eigentlich auch einer Kundin bereitstellen, wenn sie Akris trägt und das gibt Selbstbewusstsein und Wohlsein und ist eine Frage von Softpower für eine Frau. Of course you feel like you wear a fashion dress completely and which is nice because you also get to go on stage and feel, oh I'm not wearing a costume, I'm actually myself wearing a really nice dress. Irgendwo finde ich diese Umschreibung des Theaterkostümdesigners eigentlich nur noch richtig für große Opern. Ich mache hier Kleider, Kleider für Tänzerinnen und Tänzer zum Tanzen. Mir war es aber wichtig, diese transparenten Tül-Stretch zu haben, dass dieses Chiffonband eben wie nur auf dem Körper modelliert aussieht. Es ist quasi wie wenn man nichts weartet. So you see the skirt is long in the back, but short in the front and that's why when you move, you see, it's constantly fluid. Wir brauchen jemanden, der nicht nur die Werte und die Art und die Art und die Art und die ist flexibel und understands, dass im Theater es konstant verändert, konstant entwickelt. Es war für mich am faszinierendsten jetzt zwischen Klavierprobe und Generalprobe zu sehen, was im Licht und auch im Développement de Danse passiert ist. Das ist für mich die neue Erfahrung. Was die Tänzer geleistet haben zwischen Hauptprobe und Generalprobe war für mich mindblowing. Einfach perfekt.